so herzlich willkommen heute geht es wieder weiter war of rights schönen drill es sind heute auf dem server der 8 wie immer genießt die show viel spaß und den ts habe ich euch auch wieder rein so 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 dann mach das ich bin drogenabhängig was das habe ich verstanden ja bis gleich dring bist du es ja ich sehe kein nametags ich auch sehe komm mal mit ja drei mal da ein rein so so verstanden 11 11 11 wir sind nicht viele mag er nachweich die flagge tragen kannst du mal einen announce mit machen in der steamruppe alles klar dann machen wir das so dann respawn für afm 2 die werden es schon finden die müssen ja eh erstmal was raus hier in den ts kommt alles klar alles klar da hinten ist ein schlafanzug hat eindeutig jemand geschmack die flagge aber kaputt pass auf man mein ich würde sagen läufst ein paar meter im kern kommo bist du gut ich bin bei der 22 ich bin bei der 22 also das sieht echt im chaos ah ich bin wir schon eher bad hellion aber du seid ihr doch auch so wir müssen noch mal kurz ne ich bin sick in south carolina ich auch dann kannst du sofort losgehen da hinten steht ein franzmann ja das sieht tatsächlich besser aus also die uniform die wir anhaben so sollte eigentlich standuniform mit csa werden komo aus schön aus ja böses komo ja böses komo aus mal sitz äh der macht gerade Liste jetzt sind wir gleich im pre-meeting drop böses plus machen wir gleich mit battalion alles klar battalion fall in so jetzt mal einlegen hier jungs ihr kennt das prinzip einlegen hier hinstellen dann stehen bleiben falls ihr rausgedreht werdet einfach links hinten anschließen genau bitte durchgeben wenn es steht hinten genau bitte durchgeben wenn es steht hinten steht ok 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 battalion into rank right ok ja rank nein ja das macht der gewohnheit schmerzen 9 4 und ist meint Captain, melde Sie, befohlen, Bataillen angetreten. Sehr gut, vielen Dank Corporal. So, Gentlemen, heiße ich euch einfach mal alle ganz herzlich willkommen zu unserem kleinen, spontanen, gemeinsamen Drill. Wir sind ja beide heute nicht so viele und von daher haben wir uns entschieden, das Ganze einfach mal zusammenzulegen, so dass wir gemeinsam vernünftig drillen können und ein paar Sachen durchüben können. Was haben wir heute vor? Wir werden heute einfach zusammen ein paar Schießübungen durchführen, ein bisschen, ja, mal per Company schießen, per Battalion, ein paar Formationen durchmarschieren jeweils und falls noch am Ende Zeit ist, habe ich gehört, der lieber Herr Sargent Malte hat noch eine kleine Spielauflage, das wir eventuell machen könnten. Das könnte er uns dann noch einmal erklären, wenn wir dann noch Zeit haben, das Ganze am Ende durchführen, je nachdem. Haha, Malte, ich muss auch noch weg zum Ballet sinken nachher. Okay, dann werden wir entsprechend da einfach improvisieren am Ende. Ich darf den guten Herrn Leinhardt einmal willkommen heißen. Ein eventuell zugrunde ein neuer Recruit von uns. Leinhardt, herzlich willkommen. Du bist gerade in den Company Drill reingerutscht. Nicht wundern, falls du ein paar Sachen noch nicht ganz verstehst. Wir haben auch selbstverständlich sogenannte Volunteer Drills für unser neuer Einstück, da wo du die Grundlagen kennenlernst. Aber kannst du selbst nicht gerne einfach dort einmal anschließen, hinten der Linie. Und, ja, falls irgendwas nicht klar ist, man arbeitet an das, was die anderen machen. Ja. Schaust dir ein bisschen Ruhe an. Äh, Morphose, wenn du so gut bist, dir gut ein bisschen einzuweiten, wenn er Hilfe braucht. Immer James, ja, genau. Genau. An der Stelle schon mal herzlich willkommen, auch dir, bei unserem kleinen gemeinsamen Duell. Ähm, ja. Würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Haben ein bisschen Spaß zusammen. Und, äh, fies ein paar Schießscheiben tot. Technical Lieutenant Tobi, möchten Sie noch ein paar Worte sagen? Hm, vielleicht nur eins. Reload. 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 Er nachladen. Bitte nenn ihn nicht Lieutenant, das macht mich verrückt. Lieutenant ist das Beste dafür. Nein, wir sind hier nicht bei den Kriegungen. Man muss die britische Sprache doch auch mal hochhalten. Das hast du gerade eben von Heckman abgedacht. Ich glaube, es wird nicht mehr so. Und man kann Fisch geboren. Oh, jetzt, das hat schon eine schöne Stimme, muss man sagen. Na ja. Darf ich nun davon ausgehen, dass das ihr Redebeitrag war? Ja, das war mein Redebeitrag. Okay, klar. Ich würde sagen, wir werden aber die Herausforderung beim Schießen gleich mal ein bisschen erhöhen hier. Hey, Jojo, ich soll wieder achten. Ja, auf den Sack. Company, fix. Fix. Burn it. You, 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 you. Mutant. Mutant. Oh. Company. Right face. Right face. Right face. Right face, gentlemen. Right face, Rotator. Ich glaube, da ist ein Bug drin, weil ich will auch nicht alles umgedreht. Im Order, abends, wird das Red Face nicht angezeigt. Sehe ich bei dir eigentlich mittlerweile in der Linie oder immer noch irgendwo draußen? Ja, das ist noch halb. Alles gut. Perfekt. Company at the quick time. Nein, Verzeihung. Battalion at the quick time. Forward. At the quick time, forward. March. Right shoulder, süß. Right shoulder, süß. Right shoulder, süß. Ah. Line up, x. Right shoulder, süß. Line up, x. High five, left, copy. High five, left, copy. March. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So gentlemen, dann werden wir doch mal sehen, ob ihr noch gut schießen könnt oder etwas eingerostet seid. Und das ganze will ich aufwärmen. Feuerball Battalion, make ready. Make ready. Einmal auf die dritte Reihe zum Anfang. Take aim. Aimball. Feuer. Reload. Die nächste auf die vierte Reihe bitte. Take aim. Aimball. Feuer. Ja. Reload. Ah, ja. Sehr gut, Leinart. Fire by company. 8 Alabama, take aim. 8 Alabama, aim. Take aim. Reload. 20. Take aim. Take aim. 5. Nicht auf die vierte Reihe. Fire. 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 Tal- Alabama. Fl 84. зад. Commerce. Nath. Front rank, aim. Yo. Junior, Olha. An. Officers ka Green. Cairo. Store. m. D2 Dynamo Gerritter ften. Schlitzka Heh Berlin. Brigit. OH, UNFIX. 病л AFRESO REN works Quant 이게 million. 8 Alabama Front Rank AIM 8 Alabama Front Rank AIM Traurig Feuer Reload 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 Re-Rank AIM Feuer Reload Zusammen jetzt auf die dritte Reihe Wir machen jetzt ein bisschen Schnellfeuer Tobi Mag gerne weitermachen gleich direkt Schnellfeuer dich durchzugehen Front Rank AIM Front Rank AIM Fahr Re-Rank AIM Re-Rank AIM Eiffel Barmer Front Rank AIM Feuer Re-Rank AIM Re-Rank AIM Feuer Front Rank AIM Front Rank AIM Re-Rank Loaded Re-Rank AIM Re-Rank AIM Firk Skupl ο Front Rank AIM Re-Rank AIM WIhr Re-Rank AIM Re-Rank AIM WIH Fire! Rear rank loaded Rear rank aim Rear rank aim Fire! Cease fire Wer braucht schon ein Maschinengewehr wenn man uns hat würde ich sagen Sehr gut, sehr schön Das war mal ein schönes Schnellfeuer Front rank loaded Fire by fire Mac ready Fire by fire Mac ready Hast du vielleicht kurz als Erklärung, ich glaub wir machen es unterschiedlich ne? Wie macht ihr es? Wir machen gleich alle Tag Aim und dann so schnell wie möglich von rechts bis links durch Immer vorne hinten, vorne hinten Genau, vorne hinten, vorne hinten Zack auf zack, so dass es relativ schnell geht Okay, Tag Aim Aim boys Comments, Fire! Last Shot Gleich weitermachen Tiberius Genau, ruhig ein bisschen zügiger Das ist schon noch gut gemacht Ich habe mich gespürtet Alles gut Das muss man am besten einfach nicht anschließen Lass schon Das ist einfach wundervoll Wenn die Reihe so lang ist Das ist schon rechts wieder anfängt Wenn es links noch dran ist Ja Also wenn der Plan feinstillen würde Ich hätte keine Chance Ist ja einfach zermachen worden Ist ja wie ein MP Du musst jetzt nur noch was treffen Genau Ja doch Was jetzt jetzt immer ist Der Qualm heißt Ja Wir müssen nur mit der Waffenfondsabteilung reden Und dann haben wir auch die vierte Reihe schon gemacht Fire by Battalion Mac ready Fire by Battalion Mac ready Take aim Aim Bar Reload Sehr schön Uh Leiner hat mich schlecht vom Jörn getroffen Hallo Voran Dieser Bart Hallo König Grüße Sie Der Bart ist wundervoll Ich finde den so genial Wie immer Wie halt mit dem Wind mitgeht Bar my company Bar my company Hey Alabama Mac ready Take aim Aim Fire Reload Twenty Take aim Twenty aim F**k Süß Aber nix Süß Wir haben alle nur Rauch gesehen Genau Der Rauch war das Problem Rauch schön zu reden Eine Frage Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr euch hinter Deckung platziert und dann hervorschießt? Macht ihr das mit erst aufstehen und dann zielen oder mit erst zielen und dann aufstehen? Äh Es ist ein Mischwasch Es ist ein Mischwasch Wie dann auch gleichzeitig Okay, dann werden wir das einfach mal gemeinsam mal durch üben Pass auf Wenn wir gleich uns hinsetzen, werdet ihr erst allesamt ins aim gehen, dann aufstehen und dann sofort die Salve auf die zweite oder dritte Reihe abgeben, was für euch näher ist. Also quasi ein Schnellschuss. Gibt's dazu Fragen? Die Achter müssten es ja schon ein paar Mal gemacht haben. Okay. Dann Gentleman, Neil. Denk dran wie gesagt, gleich erst ins aim gehen, dann hoch und dann sofort schießen, wenn's gleich los geht. Battalion, take aim! Aim! Rise up! Rise up! Feuer! Need to reload! Need to reload! Na Lutz? Von Stevens? Wie sieht's da oben aus? Das ist ungewohnt Achtung, Morphose! Ja, Mann. Damit komm ich ja gar nicht klar. Morphose wäre jetzt ein Brot, theoretisch. Wahrscheinlich. Wir haben einen härteren Drill, wir erschießen, Leute. Ich! Ich hab was von dir, was der Kopf weggeballert war, als ich stehen geblieben ist. Ist schon oft genug im Gefecht passiert. Genau. Loaded! Loaded! Jetzt nochmal, jetzt am besten probieren ohne Stehen zu bleiben oder nachladen, auch wenn's reflexlos ist, ich kenne das. Take aim! Aim! Na? Macht der Gewohnheit! Rise up! Rise up! Rise up! Feuer! Heal to reload! Sehr schön! Alle hingesetzt! Der V1! Eieieieiei! Du! Verluste! Der Kördel ist tot! Der Kördel ist tot! Rette den Bart! Rette den Bart! Rette den Bart! Meine Fettkolle! Den Bart! Willst du denn mit dem Anson? Willst du in die Rand nähen oder was? Ich krieg den Bart! Nein, kriegst du nicht, James! Ach, Gött! Und gut! Loaded! Fire my rank! Fire my rank! Front! Hallo! Wünschen? Na? Kommst da dran, keine Sorge! First rank! Take aim! First rank! Rise up! Rise up! Fire! We need to reload! We need to reload! We're rank! Aim! First rank! Aim! Rise up! Rise up! Rise up! Fire! Near to reload! Near to reload! Near to reload! Near to reload! Jetzt ist der Bart weg! Oh, Galle! Sieht man ja gar nichts! Müssen wir wieder zusammenkämpfen, Tobi! Vielleicht kriegen wir heute hin sogar, weil wir 25 sind zusammen! Das könnte sogar... Front rank loaded! Front rank loaded! Aim! Rise up! Aim! Rise up! Rise up! Fire! Ich mag die Patternan! Sehr schön, Männer! Ich hab die Lorenz! Die Lorenz ist auch gar nicht so schlecht! Die Lorenz ist rotz! Ja! Oh! Ich wiederhole mich, die Lorenz ist rotz! Front rank loaded! Ich wiederhole mich, die Lorenz ist rotz! Körperly! Sie ist fire! Sie ist fire! Da muss erst mal dran gewöhnen! Battalion! Rise up! Rise up! Hervorragend gemacht, Gentleman! Wenn wir als Feinde wären, ich glaube die hätten kein Lachen! So, würde ich sagen, machen wir mal ein paar Marschiere rein hier, damit wir nicht ganz einschlafen! Und unsere Beine einschlafen! Vor allem! Company! Shoulder! Shoulder! Ah! Battalion! Right! Right! Let's move up! At the break time! At the break time! hug! Neverigned Un demographic to set! Find an et com! What a war! Left time! Forward frente und chips! Back try! Vadim! Mal! johnny schießt im takt machen wir die rücken zu jungs das sieht so wunderschön aus das ist halt immer schön die abstände ich krieg da mit doch das auch paulo neben wem läufst du jetzt ich glaube ich sehe zwei linien ist eigentlich tatsächlich sogar der korrekte ausdruck dafür wir kürzen es nur ab wir kürzen alles ab wir kürzen alles ab interline interline wir gewöhn' ich mich noch dran wie der indian rein in die formation right wing fire left wing fire reload und die ansage kommt direkt gleich sofort ins ende auf den feuerbefehl warten wenn die lang ist machen wir ich habe links und rechts nehmen hier kurz ist schließen wir als eine einheit so gentleman die weg nach links geht ah fwip steht neben dir fwip da ist niemand ok ja 2-3 right rest company trick time forward right wing time forward match thing right wing right wing bottom right wing right wing add a double keine saugeleiner das kriegen wir schon noch das werden wir alles machen da sind wir mit dabei Leinhard genau das AIM kann man nicht durch hin und her gucken die Befehle kommen nicht an wenn ich sage Battalion, MagVeditec, AIM dann seid ihr mit einbegriffen Right wing loaded Company, after reload, Schilder After reload, Schilder Up Let's move out Company, Charge, Bayonet Charge, Bayonet Brau-Track-Musik Ach verdammt Er ist Double Quake Robert Hulold was das Ich hab meinen Bayonet nicht drauf gehabt Ich komm später dazu Robert Robert Guck mal die machen 2 rein mit den Bayonet runter Ne 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 Paar Jetzt bin ich verwirrt Und jetzt ist Chaos Im Double Quake ist sowieso Right Shouldership nicht Ja wenn man sich bewegt kann man ins Charge Bayonet gehen bei uns Das ist auch sinnvoller Ich hab mich jetzt vorne wieder bei mir kommen Oh Feuer bei Company Right wheel Kick aim Right wheel Fire Reload Left wing Left wing Fire Reload Left wing Break reload Brake reload Charge Beinance Prepare for charge Charge Bane Gubbel Bahn Freieron Bahn Bahn Safari Wut Kann ichilos Hussap Yes Hussap Oh Oh O Hirvaster municip Alles Training, Ausdauertraining. Auch die Sandpuppen. So viel offenes Feld ist es. Schimmeln, die Sandpuppen. Stürm, Satzab. Stürm, Satzab. So. Jede, du ein. Autsch. Autsch. Ja, Morphoso. Dragon hat's erwischt. Dragon auch. Ja, den einen aber auch. Siehst du, deswegen stehe ich hinter mir oder? Nehmen wir in two ranks. Battalion in two ranks. Fall in. Bei denen stehe ich vorne. Bei denen schließt man sich links an und nicht in der Kolonne. Ja, links anschließen. Links, links. Direkt Battle Line, Jungs. Battle Line aufbauen, Jungs. Hop hop. Ja, Linard einfach hier links anschließen. Und die Alt-Taste zum Umgucken nutzen. Nicht die ganze Zeit wild rumdrehen. So, Tim, das hat auch hervorragend geklappt. Und ich denke mal, ihr kriegt an der 20. Office das Predikat Footcarry Approved. Von der 8-Melle Wärme. Von daher könnt ihr dann entsprechend mithalten. Auch wenn wir natürlich immer noch das Original sind. Aber ihr feilt zumindest nicht ganz sehr zurück, könnt ihr sagen. Auch wenn ihr natürlich Unionisten seid. Aber auch das Marschieren liebt euch entsprechend. Ansonsten, wenn ihr möchtet, würde ich einfach mal fragen, ob ihr von der 20 vielleicht noch ein paar Sachen habt, die vielleicht 20 speziell sind, die im E-Mail uns einmal machen würdet wollen. Uns mal zeigen wollen würdet, wie ihr ein paar Dinge angeht vielleicht. Wenn ihr ein paar Sonderheiten habt, gerne ansonsten an Tobi. Wie wär's mit dem Voice-Up? Das wär's. Das ist das Einzige, was mir grad aktuell einfällt. Das können wir dann mal probieren. Battalion, make ready! Make ready! Make ready! Battalion, Niel! 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 Wir machen das Rise-Up nämlich ein bisschen anders. Bei uns ist es so, wir stehen auf und während des Aufstehens legen wir gleichzeitig an. Da kommt dann einfach nur der Befehl Rise-Up und auf das Up wird aufgestanden. Und angelegt gleichzeitig. Dann machen wir das doch. Battalion, Rise-Up! Rise-Up! Niel for reload! Niel! Vielleicht hätten wir nachladen müssen. Vielleicht hätten wir nachladen müssen. Ja. Ich kann anmerken, dass es echt hinter ist als Umsatz. Das Film bleibt deutlich stabiler als bei uns. Wir fühlen wohl uns sehr glatt geschmeichelt. Aber das haben wir doch auch schon ein paar Mal gemacht. Kompliment kriegen wir echt ein Problem, du. Aber das sieht auf jeden Fall interessant aus. Loaded! Loaded! Battalion, Rise! Rise Up! Da waren wir bis früh. Fahr! Niel for reload! Sehr schön! Wieder was gelernt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Frage nochmal. Ich habe eigentliche Stimmen gerade gehört an euch. War das für euch präziser als unsere Methode? Ja, auf jeden Fall! Sehr schön! Toll gemacht, Tobin! Weiß nicht, gar against Infantry? Naja, wir probieren ja voneinander, würde ich sagen, ja zu sein. Da haben wir ja gezeigt. Wir wissen ja, wie wir noch schnell laufen können. Ist doch bei dir Yankee-Style, denk doch. Uff! Ja, das gibt's auch noch. Ich fand das zum Beispiel interessant mit den Left Wing und Right Wing. Oh Gott, okay. Wir machen das auch. Das ist ganz normales. Batterien-Dreads. Machen wir auch. Tatsächlich nicht? Äh, ja. Machen wir dir das vor. Das ist auch ein bisschen tricky. Das fängt halt an, ganz normal, mit dem Fall über Files. Nur in dem Fall wird halt der Erste aufstehen. Und in der Regel stehen nicht mehr als drei Leute. Das heißt, man muss das ein bisschen abpassen. Man schaut sich mit Alt um. Guckt nach rechts. Dass man im richtigen Moment aufsteht. Sodass nicht zu viele Leute gleichzeitig stehen. Damit der meiste Rest noch in Deckung sitzt. Ähm, ja. Die haben die Linie. Batterien! Feier bei Files! Feier bei Files! Komm mal ins Fahr! Und wieder machen, genau. Ja, nicht zu früh. Ich würd sagen, so ist auch. Ich hab tatsächlich ne Idee, was die acht uns noch zeigen könnte. Lau, denk drei mehr so, wie ich verstanden habe. Was denn? Ähm, wie sie aufrisst. Die haben ein extra System da. Und das gefällt mir besser als das bei uns. Vielleicht können wir das ja mal. Oh. Was machst du nicht aufrücken? Ähm, fragt es mal, der weiß gar nicht Bescheid. Meinst du, dass der Rear-Rank vorne aufrückt oder wie? Moment. Genau, das mein ich. Guggen Namen weg. So ist gefühlt, alle anderen machen nur wir nicht. Tag gegen Tobi. Sie ist feier. Sie ist feier. Sie ist feier. Ja. Oh. 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 Das ist voll geil, ey. Meine ist viel langsamer. Das find ich unfair. Aber dann ist wirklich schöner. Ich weiß nicht, wo gibt's doch Unterschiede. Ich hab gehört, ihr macht das Aufrücken anders als bei uns. Wie macht ihr's denn? Fang nochmal so. Äh, wir machen den ganz normalen Ride-Ress. Ja, wir auch. Ja. Ja. Also Ride-Ress machen wir auch ganz normal, ne. Tobi, so wie ich das verstanden hab, meinte, komm jetzt, wenn vorne im Front-Rank einer fällt, dass der Rear-Rank dann wahrscheinlich aufrückt. Um vorne die Lücken zu füllen. Ja, du, der Rear-Rank-Rank macht. Ja, du, der Rear-Rank-Rank macht. Hauptsache, die Lücke ist voll ehrlich gesagt. Ja, gut. Battalion, on your feet. On your feet. On your feet. Battalion, shoulder. Shoulder. Das ist übrigens better, weil unsere Spectator haben mal angefragt, ob wir für ein schönes Bild nochmal exakt in der wunderbaren Linie stehen können. Ich würde sagen, wir kommen dem Wunsch da einfach mal nach. Aber können wir das dann? Lass uns die Linie begradigen. Linie von der Rotter-Style. Würde ich sagen, gehen alle einfach mal in die Linie rein. Tobi, möchtest du links abbiegen? Ich gehe nach rechts sozusagen. Ja. Und soweit alle möglichen. Ja. Ich will auch eine Fahne dazu haben. Linkschritt, Linkschritt, Jungs. Das war jetzt gerade nicht gruselig. Ja. 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 Ich bin jetzt hinter dem Vordermann stehst. Jawohl. Rearank nach rechts aufrücken. So. So. Kann ich aber auch hin? Ja. Da sind noch aufrücken. Nick. Dankeschön. da war richtig so wird so wahrscheinlich und die sinkt hinter die einstatt leben ja ja das ja ich mich einfach mal kurz um moment tiberius ist immer noch die kurve drin und paul ihr müsstet man einen kleinen schritt nach hinten machen es geht leider nicht mehr jetzt ist schon ein bisschen besser ja sie gut aus besser steht steht company ja genau Kompany! Shoulder! 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 Ups! Ich bin nochmal auf 6-Tripper. Fire by Battalion! Make ready! Make ready! Take Aim! Ich muss jetzt nicht schießen, wir brauchen jetzt noch einen Foto den Aim. Fahr! Reload! Das war einfach wie dieses unangenehme lange Grinsen vor einem Foto. Muss schlimmer, weil das Gewehr immer wieder runter geht. Käsekuchen! Ameisenscheiße! Weitere, wir sind es gewohnt, dass wir bei uns 30 Jahre lang elmen müssen. Reloaded! Reloaded! Charged! Charged! Zweiter Rang! Right shoulder shift! Anscheinend haben nicht alle das Bajonett, ist das soweit korrekt? Hat gerade der Kerner geschrieben. Könnte auch ein Bug sein. Ja, ich meine, Bajonett hat, einmal kurz aufsetzen. Also das haben doch alle ein Bajonett eigentlich. Ja, Rödler hat eigentlich ein Bajonett. Die erste Reihe müsste eigentlich alle ein Bajonett. Ich sehe auch alle ein Bajonett. Echt? Ne, bei dieser Frage. Dann können wir, falls sie uns hören, haben sie anscheinend halt einen Bug, weshalb wir nicht alle Bajonett eingezeigt werden, aber wir haben sie halt alle eine. Eine kurze Frage, ist es normal, dass wenn das Bajonett im Charged Bajonett ist, dass das eigene Bajonett höher ist als die der Kameraden? Äh, das ist dann einfach so. Ja. Ja. Dann kann der Kerner noch ein Foto machen, so wie es halt ist. Hilft ja nichts. Käsegur. Oh Gott. Boah. Ich gebe ja Photoshop. Alles klar. Vielen Dank. Ich habe geblinzelt. Warte. Ach. 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 Machen wir dann noch mal ein bisschen weiter an der finalen Phase. Ähm. Pff. Ja, wir können gerne weitermachen. Ich glaube das war's. Den Rest machen wir eigentlich gleich. Ähm. Malte, ich habe gerade gehört, sie haben ein Spiel vorzustellen. Es versteckt im Endeffekt. Ich habe es noch nie zuvor im War of Rides-Contact gesehen. Ja, ich auch nicht. Äh. Ist erschaffen, dass massentauglich ist. Wahrscheinlich schon. Äh. Ja. Ich möchte sie uns dann einfach mal vorstellen, das Ganze. Oh Gott. Zeig euch einen netten Abschluss zum Ende. Ich weiß nicht was. Im Osten bewegt sich was. Im Osten bewegt sich was. Im Osten bewegt sich was. Denk sie nicht was. Gondorf. Tschüssi. Dann werden wir noch mal einen Empfang bereiten. Zubefehl. Offiziere unter die Linie. Moment. Moment. Moment noch mich. Siehst du die einzelne Person da vorne vor dem Stein? Kommt wenn er Battalion. Take aim. Make ready. Take aim. Make ready. Take aim. Auf die einzelne Person. Auf die einzelne Person. Ich bin hinter dir, Ronald. Ah. Reload. Ah, danke. Von rechts kommt auch einer. Hallo. Hä? Ich hab ja gesagt es kommt wenn es unerwartet ist. Er kommt durch die Nebel. Er ist unaufhaltbar. Verdun. Gott against. Gott against. Gott against. Gott against. Gott against. Gott against. Nicht feuern. Gott against. Nicht feuern. Gott ist ein Dritter und Anna. Sorry. Was seht ihr denn? Das ist Cybermobbing. Hört auf. Gott against. Vertei nicht euch. Gott against. Links. Da kommt jetzt Linken. Schloiber. ja ich komme möchten sie nun naja raus kannst versuchen dann starten wir dann sind wir das nicht auch gute frage zu stellen also ich nehme stark an die kanale verstecken spielen nein bitte was wie spielt man das ok also ich würde sagen aufgrund der großen anzahl der leute benennen wir vier sucher die dürfen gleich bis 30 oder 40 zählen und deshalb müssen alle anderen weg laufen und also break ranks machen und dürfen sich fast überall verstecken außer im maisfeld ich würde das ein bisschen begrenzen ich würde mal sagen 30 sekunden dafür sind nicht mehr bewegen das heißt er muss da stehen bleiben wo er ist ich würde sagen wir machen drei minuten zeit oder für alle weil es eine große karte ja gut könnte man fast bis zum unionstrahl camp laufen ihr noch mal jung dass ihr alles gehört habt ihr umkreis vom dill camp ist soweit erlaubt keine links keine mainstrahl und so weiter einmal quasi rundherum ums dill camp das areal ja hier suche hast du gesagt klingt interessant wer das möchte einmal right shoulder shift das balken baut von dem ist auch ein vorschlag ja ja kann ich den vorschlag machen wenn er gut ist wir haben vier offiziere anwesend und nein ja aber die offiziere müssen weg nicht nicht ja aber aber schimmel die weise der herr aus der reihe für die offiziere so belästigen das habe ich schon gelernt also wer ist das hier dragon du willst suchen gehen nö ich würde das spiel machen also wenn du magst kannst du mich auch mit einspannen malte übrigens na gut dann suchst du du bist selber schuld ganz ehrlich ich hab damit kein problem noch eine aussage wir brauchen einen bluthund ja hier was heißt hier ich verlaufe ich doch hier ich kenne das csa kennt genau maximus nimm mal den schimmel an die hand genau da sind wir stecken einfach alle an einpunkt jungs das schaffen wir ich finde euch trotzdem nicht mehr auf also wir werden die sich das stecken und unsere alkoholräte ausdrinken also noch zwei zwanziger james macht sich gerade klein james mögest du wer ist james james ja james bist du ja außerdem ist das gute das maximus bei schimmeln noch nicht sonst läuft es hier ja oder möchte der könne auch noch da kann der könne besuchen ja ich hab ja auch schön hast du eine uhr wegen drei minuten die augen zu machen wir gehen einfach in den kreis zusammen stecken köpfe aneinander dass wir nicht sehen sozusagen die zeit ab die suche anstelle ich mal direkt mann an mann so dass wir einen kleinen mini kreis bilden so dass wir direkt die köpfe voneinander gucken so vielleicht noch festlegen muss die leute sammeln sollten wenn sie gefunden werden oder gefunden wurde geht zu den fahnen ich hoffe ihr findet dahin so seid ihr bereit super also seht ihr was möchte ich noch eine frage stellen 20 weiß irgendwer von euch dass er heute früher gehen muss ihr wisst es nicht wenn ihr früher geht dann seid ihr jetzt verpflichtet eingezogen wartet man die suche wie viele finger zeige ich ich zeig mit elf fingern gut break ranks jungs versteckt euch ich glaube ich habe recht ein Problem für die rein Ich kann hier irgendwie reinstellen. Schauen wir davon, wie sieht der Kerl aus. Also erstmal bei der Nette runter. Ne, da kommst du nirgends rein. Wie sieht es denn hier aus? Wie sieht es denn hier aus? Ich glaube, so bleibe ich. Wie sieht es denn hier aus? Wie sieht es denn hier aus? Tobi, wollen wir schon mal hochgehen? Ja. Na James, wie ist es so genorden zu wandern? Du steig scheiße, wo bist du? Bist du lustig? Komm, ich hole dich. Vielleicht habe ich auch einfach gewöhnt. Da ist auch keine Hühner. Wie sieht es denn hier aus? 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 Wie sieht denn hier aus? Komm, da ist alles so gut. Wie ist es denn hier? da hat schon jemand erwischt da ich sie mittlerweile zwei leute bei den fahnen bitte bitte ich gebe dir einen tipp wenn du schienen siehst dann kommst du langsam in meine nähe das ist schön ich sehe hier aber kein ich weiß nicht dürfen wegrennen oder gewunden ist gefunden wegrennen ist ja kacke wir spielen hier kein doppeltes e wir spielen nur verstecke mittlerweile ist es viel so jetzt tun wir mal unsere suche ein bisschen verwirren ich höre schüsse ich höre schritte schritte ist gut jetzt waren sie leiser gott sei dank das ist umgedrehte psychologie die schritte werden bestimmt hat lauter vorhin james beim joggen gesehen aber nicht gesehen du hier mit putt 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 durch die gegend gerannt bist hallo bist du eigentlich immer noch dahin also bist du noch da wo du vorhin hingelaufen bist ja was sie bist du eigentlich in der fahne gerannt oder was ich bin respawned an der fahne also jetzt lauf da nicht hin da war doch gerade jemand ist der gerade respawned was sie konzernieren ich sehe da einen jen ich höre immer noch schritte wie war das mit der regel wo man sich hinbewegen darf ich hab mal jetzt ich dabei aber nicht ins maisfeld und nur die umgebung vom drillcamp hier das heißt du hast jetzt keinen ausflug zur trennung von unions zu trennen ja klar ok ne dann passt es wie geht es heute weiter wisst ihr das naja kommt jetzt balancing und danach schießen höre ich auch ich habe es im gesetz nur einmal schießen habe ich nicht mal ich habe gestoffen ja habe ich eigentlich getroffen james zuschauer natürlich nicht so weil ich daneben gezielt spannend ich bin ein guter schütze die kugel meint da einfach nur den treff ich mal wir suchen hast recht wo ist das drin wir können die suchen noch ein bisschen fair würden jetzt sind die schritte weg Gott sei dank da steht schon ein ganz schöner haufen vor komm vor die fahne ja kann ich bestätigen auch dabei nö das kannst du sehen ich kann sie sehen also muss der irgendwo im sichtbereich der fahne stehen ja vielleicht guck mal das ist ziemlich in der ld gerade schön ausgequitscht wer sieht wen ich höre schritte ich höre schritte nicht nur du dürfen wir uns bewegen oder nur die suche eigentlich dürfte ich bewegen du glaube ich hatte mich bei james nicht verraten sondern wollte ich zu viel blöd sie gerade dass mein gewehr durch die wand durchpackt dann werden wir schon drei jetzt dann auch jemand doch zu euch kommen sollen oder mehr in die richtung laufen sollen statt da wo ich war könnte jetzt eine meteranzahl sagen aber das mache ich mal lieber nicht das war es war halt auch scheiße weil da so du konntest nicht in den busch rein ja auch nicht ganz ich sehe jemand sound muted sound resume microphone muted microphone activated geht auch im osten die sonne unter echt eine komische welt ist der gleiche server oder ist gleich die gleiche dämst du dich mal vor allem den regen anmachen können es dürfte deine suche erschweren lange zeit haben denn die suche ein so lange bis alle gefunden haben das wird ewig dauern noch acht minuten bis pause und wer hat hier was von pause gesorgt nichts pause geschrieben suche mit gewehr mittlerweile stehen schon recht viel an den flaggen sound muted sound resume natürlich sitzen in meiner necke und sie gar nichts ich habe mich so versteckt drehe mich so um das sind ja die flaggen die nächste kann ich mit der vier sehen was draußen los ist das ist wenn man in blauen hose ist schon echt ärgerlich wir dürfen schauen auch schießen wenn wir wollen oder schieße die ganze zeit langweilig wird das bin ich geladen schieße nicht geladen jetzt aber Gibt es bei dem Spiel Schall? Also, hört mir die Schüsse später, wenn wir weiter auseinander sind. Ich weiß nicht, aber ich höre Schüsse auf jeden Fall. Okay, ich sag 3, 2, 1. Harte, ich hab' ich gehört. Den hab' ich gehört. An den Fachern sogar. Aber ich hab' Surround-Sound an, also ich höre Schüsse auch von 30.000 Kilometern in Entfernung geführt. Ja, also, ich hab' auch einen Schuss gehört. Der kam nicht, weil es sogar dann, oder? Nicht sofort, glaub' ich. Ich glaub' schon ein bisschen verzögert. Möchten wir mal testen. Komm, ich zeig's dir. Ich mach' einen Gegenversuch. 1, 2, 3. Peng. Den hab' ich gehört. Doch, der kam verzögert an. 2 Sekunden. Der kam verzögert. Hallo, die Herren. Ihr seid alle gefunden. Komo auf jeden Fall. Und das ist ein Honnold. 1, 2, 3. James, schluckst du das MTS noch an. Das war ne Überraschung, wa? Ich hab' euch gehört. Ich wollt's sagen. Der Kombo? Ich kam vom Wald aus der Richtung vom Schießplatz. Ich war grad mit Richter im Wald. Aber Richter ist verloren gegangen. Vietnam halt, ne? Aber ich hab' ne Pistole gehört. Also, Richter Lebschirme noch. Ja, okay. Jetzt geht es los. Wie sie alle zählen, bin ich gut. Und ich bin natürlich die 1. Oh, der 1. Schade. Das sind wieder Schritte. Das ist wieder reasons. Bis jetzt. Vielen Dank. 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 Okay. Sound so stand stand er war auf schweiz neu so wie geht es jetzt weiter jetzt heißt es auf tobi warten der nesko und hat keine richtige runter zu können ja warte kurz suche ich suche ich suche da gefunden okay ich habe mich so ähm äh ähm ok ähm 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 warum kann nick leute rufen User was moved to your channel. Ja man, jede Kackzahl ist hier mit dem Scheiß Soundpap-Dings belegt man. Ja die Klappe. Ja ich hör schon auf. Easy. Nein, der Server steht noch nicht die Daten. Ja die Klappe. Sound muted. Microphone activated. Microphone muted. Ja die Klappe. Ja die Klappe... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 also wenn es noch viel länger dauert bis es los geht muss ich doch früher weg wo musst du arbeiten wo musst du arbeiten und wegen so herr dann sehen wir uns ja schon lang echt du bist mein kutscher oder nee ich mache dann noch zwölf stüttel länger schade mit wem fährst du ich weiß das auch nicht wenigstens das kann man ganzen tag auf freud es labern 12 stunden den anderen offen offen 1 also wir haben noch gar nichts glaube ich wo ich meine steht ja noch gar nichts drin sind leider noch keine serverdaten bekannt so jetzt sollte sich auch der habt ihr euch alle gut versteckt jungs ja ich wurde in der letzten minute gefunden ich glaube ich wurde als erster gefunden ich liebe dich mal spaß muss kurz kurz ich hab kaum gefunden weißt du wir hatten uns so schön in dem busch versteckt hatten unsere ruhe waren einigermaßen abseits am smalltalk geführt und dann kam james an und hat uns einfach plappern dann waren wir komplett aufgeschmissen ist schon vorbei und die sind dann wieder ins lager marschiert vorbei ich bin immer noch dass server infos also falls ihr noch im spiel seit diskonnecten spiel neu starten das übliche gesammelt das müsste man mal einsprechen und einfach nur abspielen auch auf soundpad wir sind bei csa heute war mal nco weber was hat ihr verpasst ich glaube weber ist jetzt hallo 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 aber warum warum nco ja aber wenn du mit dem first sergeant weißt du damit er schießen kann kann er doch auch mit dem verdammten sergeant major nein er möchte aber nicht rum wechseln einmal einmal die ich weiß einmal mit profis dann ist er natürlich gearscht aber probier das eskaliert gerade ein bisschen na noch nicht warum es eskaliert es ist noch alles noch im rahmen sicher ja es eskaliert wo eskaliert der webe jetzt da ja ist da ja unsere gegner hat er wird sich ja ja alles schon erledigt ja aber ich bin auf einem server weber ohne fantastisch ich bin dass die leute drauf tobel schreibt zwar besser gut zu wissen ich bin auch obere einheit meine daten in teamspeak schreiben bitte 50 first 50 second 8 9 20 10 und 20 nach hinten rechts 20 nach hinten rechts steht bereit dort nach hinten links ja eine lächere achten ella oder der flory ella welcher ist er oh gut es steht der led auch wenn es nicht nötwendig ist nötwendig 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 das ist nötwendig ja das ist nötwendig nötla abgeben oder teilen bleiben wir nun trenzio linehardt ich glaube du gehörst zu den achten ich glaube da stehst du bei uns frei ne das ist unser linehardt ne das ist unsere ja das ist unser ah sorry oder julia ich glaube wie bist du denn wie viel gibt es denn von denen es gibt lustigerweise zwei in 2 ranks behind me fallen in 2 ranks behind me ach sie guck mal ach sie ich glaub du stehst falsch wer hat dort ein Stück weit der leute ich will jetzt hier stehen männer und ok hab ich grad einen pingu gehört Tim wir haben euch mit einem private abgeschoppt moin äh wie alles er ist hier alles gut aber mal ich ignoriere mich ja wenn er uns Leute abzieht wer ist sauer er hat gesagt er hat aber schön dass ihr doch auf Anlage abgeht achte die an hinten ist dann eine ich hab mich mal unaufällig untergemischt schweben ja haa google hat keine schuhe tony auch nicht ha dafür hab ich schuhe hey ehh ryan ryan ich bin wenn sie dir so schweben mfk und so sind die da oder weih da kam der server reset Es war nicht mehr möglich, Tobi. Äh, lieber. Nicht? Ja, sorry. Auch. Ach, das ist noch die Jenkins. Okay, verstehe. Schön fair. Und 18. North. Hä? Ach, manchmal. Dann gehe ich echt. Äh, riesenleck. Nichts? Oder selbst dann nicht so sicher? Das war seltsam. Ich dachte, es wäre nur bei mir gewesen. Nee. Ich hab Schuhe. Ich hab Schuhe. Ich hab Schuhe. Was? Ich hab's geschafft, eine Aufnahme zu starten, aber ich weiß nicht wie ich es geschafft habe. Mal gucken, wie ich es ausschalte. Geht's nicht mehr. Ja. Jetzt krieg ich mich aufs. Schuhe... Schicke Schnauze aus. Meine Ohren bluten noch. Hey! Ja, wo auch noch? Ich hoffe, ihr habt alle geladen. Ach, wisst ihr noch damals? Ja, das war ein bisschen. Ein oder andere. Weitreich. Ja. Damals, als sie in den Norden einmarschiert sind. Finden sich ja alle Jungs mal ein Tiefsfigur. Ja, aber wir müssen ja immer so waschen. Es sind immer nur andere Gäste. Ja, ja. Warum haben wir 20 jetzt nicht? Ja, das war nicht. Aber dann haben wir das. Nee, das war doch gar nicht. Ja, das war doch gar nicht. Jetzt sind wir ja alle. Das dem Volantier geht es nicht gut. Nicht Volantier. Der Start im Himmel. Kowski. Sj-U-Jakowski. Sj-U-Jakowski. Ich hab gesagt... Ich hab das gesagt. Er hat den Leder ticker. Ich glaub, da hat ihn zum Zweifel halt ole. Das ist scheiße, ich hab mit... Äh, Error, Error, Error! Ich hab's jetzt nicht gemacht. Aber er musste ein bisschen warten. Er hatte mehr Zeit 10 Minuten. Ich hab das geladen. Ich hab das gelade. Und wenn wir da einfach zu case, dann... ... das ist alles gut. Achso, das geht mit der E-League. Ich bin für den ersten Runden. Ich bin für den ersten Runden. Das war der Kampen. Das ist der Garten der Liniener. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin für den ersten Runden. Dann in die Kampen. Also hier ist bei mir ein anderes Garten. Das ist ein Kampen. Da steht da vorne. Wir stellen uns aber trotzdem hinten an. Aber hier ist jemand, nicht für die Lücke oder noch. Da ist jemand. Da steht jemand hinten an der... Einfach hinten. Die Zauber-Schuhe, das war echt komisch. Ich habe das, weil ich keine Schuhe anhafte. Ja, ist irgendwie gerade... Ich wollte es nicht sagen, Pauli. Oder? Das ist Diskriminierung. Ja. Die wem denn? Die Schuhlosen. Ich hatte großen Hunger, du singen habe ich keine Ahnung. Wie geht der hinten, Jungs? Ich habe meine Schuhl, dem ein Unionsoffizier gegen Kopf geworfen hat. Es war meine Kugeln, aber... Warum war das nicht so? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Okay, tschüss. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Es war mir sogar neu starten, ja. Achso! Ja, aber mir zeigt da jetzt... Ich muss auch das Spiel, glaube ich, neu starten, mir zeigt dir dein Sch****. Ja. Hast, hast doch秋 filszeit. Wird eh neu gestartet worden. Oooooooooooooooooooohhhh, total noch fertig? Ja Cold-man thereby. Wir sind doch fast alle und alle auf einem Server, oder? Nein, das war auch auf.. Was gehen und alle noch anderen firm? Das ist doch super. Weil ihr nur 16 Leute grade... eben... der musikmann hat aufgabe ich habe ja ja ich habe meine schüsse ich weiß ich weiß nicht nur an den füßen okay dann kämpft sich in der warum sie gar nicht weil das hier nicht die achte hat es richtig gemacht die ist ein bisschen weiter weg die rote steht im bus ausgeteilt dass er zu wie ich leute genau das ist die zeit der fall toby ich habe es noch mal die machen aber ich habe die map noch nie von caesars gespielt ich kann mich noch ein paar mal gespürt Hallo Aurel! Hallo Aurel! Hallo Aurel! Aurel! Wo bist du Aurel? Was ist los? Ich hab gesehen, dass du jetzt auch... Das ist glaube ich nicht besser. War das nicht die Leiche? Echt gutes Spiel, ne? Ja, mach mal was ab und zu. Wenn ich gerade alle offiziere, in einer Schlacht fallen. Wenn du trotzdem so viele Leute hast, das wird trotzdem nicht besser. Ansonsten würde ich vorschlagen, die 20er und wir sind ja sowieso mit der Fahne übernimmt. Ach ja, Major Viva. Kommt, Danny! Dann von der Sprechung. Okay. Jetzt schon. Jenkins Bride! Jenkins Bride! Okay. Wunderschön. Ich hab schon mal kurz ein bisschen den Leber angefangen zu quatschen. Wir machen gleich nochmal die richtige Runde. 50 Second ist echt viel gerade. Ja. Die sind nicht die größte Einheit tatsächlich. Nicht? Ja, Florida. Deswegen sind die drüben. Ich denke, die Jungs, heute wird gegubbelt. Gubbel, 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 gubbel. Gubbel, gubbel, gubbel. Ich hab mich angepasst, wie der Klingel. Achten vorhin da ist drüben, ja. Gubbel, gubbel, gubbel. Gubbel, gubbel. Hallo, volle Tür von Jakowski. Ja, guten Tag, First Sergeant Herr Malte. Hallo, Sergeant Ossi. Ich melde mich dann zurück zum Dienst. Guten Morgen, Sergeant Roter. Ich bin ein Herr. Guten Morgen. Guten Morgen, auch Rest der Einheit. Preußischer Kaffee wieder da. Die Jungs, nutzt alt. Nicht das gehen zu drehen. Ja, ja, ja. Der Rote macht schon wieder Feierabend, hab ich gehört. Oder was gibt's da vorne zu sehen? Da vorne machen welche Barton hier hoch. Ja, und wir gehen da hinten. Ja, Sergeant Roter. Ich hab ihre liebliche Stimme vermisst. Ich nicht. Ähm. Die wird der Barton zu fest aufsachen. Nein, wird sie nicht. Die haben wir gestern den Arsch gerettet. Das ist alles unser BBQ. Roter, die Farm haben wir aber Bier angekündigt. Nur ist in dem Weiß. Ja, dann sag ich ja, ich bewundere das BBQ. Also, Whip, du stehst irgendwie schräg. Nee, komm hoch. Also, wenn ich zehn Meter vor dir wegstehe, kann ich mich nicht sehen. Oh. Zweite Niederlage heute. GG. Hey, die Union hat gewonnen. Ehhhhh. Prämit. User disconnected from your channel. Na, jetzt. Da sind was sehr viele gespawnte. Ehhhhh. Ich kann mich nicht bewegen und alles ist grau bei mir. Ich starte mal mein Spiel neu. Ach nee, warte, 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 warte mal. Ja. Ja. Warte, Warte, warte. Ja. Warte, 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 warte. Ne, warte, 20er, wer steht bläht. Wer steht bläht. Geht das? Google Test. Kannst du bewegen hören? Kannst du dich jetzt bewegen, Karo? Nein. Kannst du dich jetzt bewegen, Karo? Kannst du dich jetzt bewegen, Karo? Ja. Doch, es bringt was, James. Jo, Tom. Schenke Schuhe, Mann. So, James, das ist ein mega-cooler Bart. Ja. Ich weiß nicht, wie du dich bist. Der alte sieht auch nicht schlecht aus mit seinem Bart. Ich sehe nie schlecht aus, Reagan, danke. Oh mein Gott. Was denn? Ja. Hast du dich mal angeguckt? Ja. Oh mein Mann. Oh mein Mann. Wir sind ein Sandhau. Wir sind ein Sandhau. Und ein Rot. Der Rode hat so Kampfer. Ich weiß ja nicht, wie ich buch sie, aber ich mein mal wieder überschackt. Oh, scheiße. So mag ich das. Das wie Baby-Pupo. Du siehst halt aus wie so ein Volunteer, weißt du. Neu. Neu. Ja, so soll dat sein. Ja. Deswegen ist der Rode da, damit ich das Ding Menschen zu erschießen. Der jetzt im Skrillex. Ja, der sticht mir zur Not wieder sein Bayonett wie gestern im Arsch. Dann passt das. Ja. Dann werde ich zumindest wieder schneller. Oh, dein FFK ist auch mal wieder dabei. Oh, HV. Oh, HV. Oh, HV. F8. Ah, das war schön synchron. Ja, danke trotzdem. Nächstes Mal, wenn ihr alles grau seht, einfach jetzt drücken. Das war bei mir aber auch so anfangs. Ich habe aber F2 gedrückt. Ja, irgendwie was dazwischen. Thomas, F8. Nicht F7. Äh, F7 darf ich gerade nach. Weißt du, aus sie ist, ach nicht aus sie. Kau, habe ich einen Cappy oder? Warst du einen Cappy? Wunderschön. Nein. Und abgeklaut. Ah, süß. Aber Hüte sind nicht auch schön. Eine Minute. 40. Guck dir mal den Hut von Malz zum Beispiel an. Das ist doch nicht schön. Ja, ja, der Flucht ist englisch. Echt? Ah, Dragan, ja, was wir verstehen uns. Dragan. Eieiei. Immer noch Dragan. Komm, das bräuchte, den englischen liegt mir noch nicht so. Ähm, ja. Wir haben den gleichen Hut, ich. Jetzt steht er dir. Ah, der will ziehen er. Und der Typ vor Présent. Ja, bitte. Hallo, Herr René. Grüezi. Könntest du hier unten mal weniger rumschreien und verstehst du dein eigenes Wort ja nicht mehr? Echt, René? Entschuldigung. Qualt. Ja, ich bin ein Hund richtig. were you thinking about this? Er war diese Schweizer? Eee, we can handle them. Die Schweizer? Schweizer militär. Tschöne, wir sind in US. Das wird uns Russart sagen, wir schreiten wir schreiten. Das ist ein Griff. Ich denke, wir wollen das. Gut, wir konnten den. Ja. Oah, okay, dann wird der Schweizer. Ok, ich muss anziehen. Kann man den auch holen in der Formation, bitte? Alright, los. War 50, Reich. War 50, Reich. War 50! War 50, ich hab den Koronan. War 50, ich hab ihn gejuckt. War 50. War 50, ich hab ihn raus. War 50, ich hab ihn jetzt auf. War 50, ich hab ihn aus. War 50! Wofür ist das��. Zählte 20. New York New York Hussar Hussar Overs, Hens, Beifatts left Und liegt am Server Ja, wir sind Bleib nicht am Zaun hängen Nein, er macht aber gar nicht Aufrrabe. 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 Also geh mal mit in den Nios machen. C. Nic, du stehst in der dritten Reihe. Gehen wir nach links bitte. Boah, hier steht einer mit drinne. Sieht doch gut aus. Mach dir mal Platz. Also ich könnte jetzt nie nach rechts wegschießen. Ich mach immer die äußerst hin. Mach mal die äußerst hin. Ich mach immer die äußerst hin. Mach mal die äußerst hin. Mach mal die äußerst hin. Mach mal die äußerst hin. Ich mach die äußerst hin. Welche Kart ist das nochmal? Bloody Lane. Bloody Lane. Oder Sunken Lane. Oder wie auch immer. Das ist so recht. Cool, Ryan. Ähm. Geh... Flagge Nord-Ost. Verschiebt über den Zaun nach Nord. Geht da mal mit rein. Ruchtet euch aus. Komm. Komm. Wir. Wir. Flagge jetzt auf Nord. Major, ich halte links. Feindliche Flagge im Ost. Zum Teufel, seht ihr da was? Das Fahnspitzt ist immer im Norden zu sehen. Im Norden? Norden ist links. Ja. Das sind links, Norden. Nord-West. Äh, Nord-West. Rise Up. Rise Up. Spiegel schießen, Jungs. Knee for reload. Reel for reload. Mit R das Laden abbrechen und wieder hinknien. Weiter laden. Hopp. Uiuiui. R drücken, STG drücken, R drücken. Naja, aber sie haben keine Toppen, was ich weiß. Ja. Melder von der 8. Ich soll die Verbindung halten. Alles klar. Ähm, ja. Erste Meldung. Wir haben die Kompanis Richtung. Nix von uns. Feiertelung. Loaded. Nichts besonderes. Alles klar. Rise Up. Rise Up. Das wird sie sein, ja. Ja, okay. Da haben wir auch den Feierkampf abgelommen. Need for reload. Need for reload. Ich glaub, sie liegen die weiter ab. Bis später. Alles klar. Ja. Ein Beschuss aus Südost. Südost. Ja, da kommen nur Schüsse. Da sind wir unsere Leute, die schießen. Ein sich Kontakt mehr. Loaded. 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 Oh nein Haben wir aber gut zu fressen hier Verschiebt nach Nord-Ost Nord-Ost Fixed Barnet Fixed Barnet Fixed Barnet Barnet's fixed Auf jeden Fall, dass wir gleich nach rechts müssen und nicht supporten Auf jeden Fall Tobi, was ist eigentlich die nächste Karte? Colted lane Oh, da ist mal schön auf der Seite Also geht's gleich weiter in Nord-Ost Ja, stimmt Achso, ich würd sagen gleich saustürmen Best from JB Mhm Yanks are pushing up on the hill on the far right, they're trying to get on the right flank Alright Fahne oben, Nord-Ost, zu Ost Fahne am Baum, Richtung Südost, hast du gesehen? Ja Und da oben stehen die Nein Ne, ich mein noch weit rechts Ja, ich weiß, da steht noch der Einer Du könnt auch noch den Hügel schießen Ja Ja Ja, fand ich auch nicht Und das schaffen die Ober, wenn wir Union spielen Ja, aber da stehen die woanders Habe ich euch hier einigermaßen versteckt Wenn ihr mir raus Dann Essie Da ich habe eine Fresse Fressen Find Nord-Ost-Ost Den habe ich schon schon gecallt Verzeihung Ich glaube das wird echt schwer für die Union Klar, die müssen gegen die 20 eintreten Gesteht Cool Gesteht Ja, Major Wer hat geschossen Was an ihre Sicht Natürlich Der der von der 8 Ja Ich hab nur den Tobi, wie sieht's bei euch aus Wir haben Feindkontakt Nord-Ost, Ost da oben oben tribal ein bisschen Und ganz rechts ist noch einer Die Jenkins Brigette hat das ganz rechts irgendwo Aber ansonsten ist alles recht so weit Alles gut, dann geh ich so weiter Wir kommen schon weiter runter Wir müssen glaube ich beide nach rechts Tobe will jetzt mal bescheid sagen, dass wir nach rechts gehen On your feet, right face On your feet, right face Repetit und fort Kapit, forward, march Forward At the double At the double T drücken, damit ihr nicht verloren geht Das ist fein T drücken Oh, nein, sieh das war neer. Oh, left face. Left face, make ready. Make ready. Take it. Aim. Fire. Reload. Reload. Alright, who's in charge? Who's in charge? Wedge is... Oh, ho, ho, ho. Right, CO. Wedge is CO. Here. Yeah, cool. So what we're doing, we're going to hold this fence line to your left. I think we're pushing them back, so just keep the fire up. Okay. Aim. Reload, hold the fire. Fire. We're going to hold the fire up. Fire. Reload. Reload. Defile, boys. Defile, my left. Alright, reloaded. Melde mich zurück. Hm. The 8th will hold the left. Hmm, it's better now. Load it. Take aim. Take aim. Aim. And... Zweite feindlinie. Zurück versetzt. Recavans. 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 Scheißzaun. Sieht sich allerdings im Nord-Ost. Nord-Ost ist noch eine. Eine andere Zaun, lieber? Ne, ne. Wir gehen gleich weiter nach links, glaube ich einfach noch. Oder seht ihr sie noch? Dann seht ihr sie noch. Take aim. Take aim. Aim. Oh, lieber weg. Fast. Reload. Uh. Ich glaube da hat's Dragon erwischt. Japp. Ja. Doch, es war Dragon. Nein. Dich auch? Ja. Oh. Hau immer auf die Unteroffiziere. Nein, James. Ich halte dein Bobbel. Loaded. Tegain. 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 Fah. Reload. Right, right after reload. I did not need to be linked. Not yet. Loaded. Wo siehst du denn zu einem? Nordosten. Ja Stimmt, ich seh den auch. Hi James. Ich geh mal gleich zurück. Jo. Lass ihn mir noch kurz nachladen. Ich höre nicht, dass die sofort sehen. Wo wir alle sind. Verstanden. Da kommt gleich die ganze Linie herum wahrscheinlich, deswegen da müssen wir vielleicht 15 Schritte sein, wird auch klatschen. Guck mal, wo du hinstehst, muss ich stehen. Dann haben wir es am Zaun aufgestellt. Ha, Aurel. Aurel scheint zu fressen. Schimmel verlegen, nachlegen ist gleich cool. Teggei! 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 Hallo? Jo. Recover! Wollen wir hier bleiben, oder? Recover! Ehh, ich werde rüber nachher versuchen. Auf geht's, Jo! Motor überlegen! Mach, 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 mach! Mach, mach, mach! Mach, mach, mach! Mach, mach, mach! Ähh, wo lehrer? Da ist wieder ein Zaun. Hey, Red. No, was bleibt. Fake aim. Photoshop. Melde mich zurück. Oh, schau. Sehr gut. Zurück. Fahr. Reload. Reload. Ach, du wurde angegriffen, zu dem Zeitpunkt X4 gespawnt. Wir wissen nicht, wie es aufgegangen ist, aber scheinen, sie gehörten zwar auch. Ach, links, dann übrigens auch. Oh, schau, so ist der Linken, danke. Wir gehen mal weiter nach links. Shoulder Arms, Left Face. Shoulder Arms, Left Face. I have to have a quick forward match. Departmenty, prepare to hold. Prepare to hold. Halt! Right face! Right face! Ready! Make ready! 20th is ready! Feindflagge, not Ost-zu-Ost Soll ich mal bei der achten gucken gehen, was bei den Pass ist? Ja! Ich bin cool Take aim to the North-East! Aim! Hey! North-East! Ihr seht sie da oben! Ganz leicht! Fahr! Reload! Reload! Haben wir eigentlich auf der zweiten Karte Fahrne und Offizier? Danke nicht! Nein, andere nicht! Loaded! Loaded! Ne, noch nicht Meike, jetzt! Aim! 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 Reload! Fahrne verschiebt nach Nord In der Osten Bewegung! Ost, Süd-Ost 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 52 sehe ich, glaube ich wieder vorwiebeln Feindflagge, verschiebt weiter von Nord zu Nord, Wind Oh Gott, die war auf Rechtshilfe gleich Nicht übernommen In der Mitte kommt auch was In der Mitte kommt auch was I said, Flagge ist Überall Zwei Kompanien auf rechts Das ist das Game Event Eine Fahne habe ich gesehen, verschiebt nach links Ja, links, immer mit Neemitswaltung, Jung Schilder-Arnte Rats Grüß dich OIP Servus Pflegen wir wieder nach rechts Grüß dich, left 4 dead Ja Ja, es ist beides hier Ja Sorry, ich hab hier nur den Den Das iPad nebendran stehen ük 3 3 4 5 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 6 5 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 6 5 6 5 6 6 7 5 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 6 5 6 6 7 8 9 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 6 6 6 5 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 6 5 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 6 6 7 5 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 6 6 5 6 6 7 7 8 9 9 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 5 6 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 5 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 6